Als ersten großen Vorteil ist natürlich Nachhaltigkeit, also das heißt, dass es sehr umweltfreundlich ist. Zum anderen ist es dann halt so, dass jeder dieses Lastenrad fahren kann. Mein Name ist Gilbert Sinram, ich bin 39 Jahre alt, bin Geschäftsführer und Eigentümer der Losterie in Oldenburg. Wir haben zwei Lastenräder Shorty von Urban Arrow im Einsatz, die sind täglich im Einsatz, hauptsächlich schon mittags. Ja, wir können derzeit vier Pizzen liefern, plus nochmal Pasta und Salate. Zudem benutzen wir das zweite Fach für unsere Batterie, um die Heiztaschen weiter aufzuwärmen. Man fällt mit dem Shorty sehr gut auf im Straßenverkehr, weil es halt viele Flächen, Werbeflächen letztendlich auch hat. Und im Straßenverkehr mit dem Fahrrad kann man doch noch attraktivere Wege nehmen, die Abkürzungen dann halt nehmen, um beim Gast dann etwas schneller zu sein. Ich hoffe und glaube auch daran, dass wir weiterhin darin ausbauen und dass die Oldenburger dann verstehen, dann halt auch viel mehr mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.